In welcher Liga tritt Hertha BSC nächstes Jahr an? Im Worst-Case-Szenario müssen die Berliner sich kommende Saison mit Altglienicke und Meuselwitz in der Regionalliga messen. Um das zu verhindern hat Hertha heute alle notwendigen Unterlagen und Nachweise für die Lietzen-Zerteilung zur Saison 2023-24 in der zweiten Bundesliga fristgerecht bei der DFL eingereicht. Herthas Geschäftsführer Tom Herich sagt dazu, Wir möchten uns bei der Liga für den konstruktiven und vertrauensvollen Austausch bedanken. Gleichzeitig gilt unser Dank unseren Kooperationspartnern und allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die diesen Prozess eng an unserer Seite begleitet haben. Jetzt muss Hertha die Entscheidung der DFL abwarten. Diese wird Anfang kommender Woche erwartet, Sky nennt den 12. Juni als Datum. Sonst hat Hertha noch die verlängerte Frist bis zum 21. Juni um die Liquidität nachzuweisen. Außerdem hat Hertha BSC heute noch zwei weitere Dinge bekannt gegeben. Ein positiver und ein eher negativer Aspekt. Hertha BSC gibt bekannt, dass seit dem feststehenden Abstieg vor zwei Wochen mehr als 1000 neue Mitglieder in den Verein eingetreten sind. Das sind schon mal mehr als 50 Mal so viele Neumitglieder wie Red Bull Leipzig insgesamt besitzt. Auch wenn Hertha BSC seit Jahren erfolglos vor sich hinspielt, stehen gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten die Fans zum Verein. Eine tolle Geste. Jemand, der nicht zum Verein steht, kommt aus der eigenen Jugend. Maximilian Mittelstädt verlässt Hertha BSC und wechselt ins Schwabenland zum VfB Stuttgart. Die Ablösesumme ist nicht ganz klar. Einige Zeitungen berichten von einer Ablösesumme zwischen 1 und 2 Millionen Euro, andere nur von 800.000 oder sogar nur 500.000 Euro. Besonders brisant ist dieser Wechsel, da Mittelstädt erst im Winter groß angekündigt seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. Während die Schwaben Mittelstädt recht freundlich begrüßen, reagieren die Hertha-Fans. Nun ja, so.